Ja, neue Mitglieder in der Partei, darüber kann man sich doch eigentlich erst mal freuen oder dann doch nicht, wenn sie doch nur eintreten, um gegen den Vertrag zu stimmen. Also wir freuen uns über jedes Mitglied, das neu bei uns bei den Jusos und bei der SPD sowieso dabei ist und dazu kommt und wir hoffen natürlich, dass der Eintrittsgrund nicht ist, einfach nur abzustimmen und dann nichts zu machen, sondern dass die neuen Mitglieder sich aktiv engagieren in der Partei, inhaltlich sich einbringen und dann können sie auch stimmen, wie sie möchten. Das erachte ich als selbstverständlich. Die Jusos Mannheim sind ja bekanntermaßen im Vergleich zu vielen anderen Jusokruppierungen ja doch eher für den Koalitionsvertrag. Können Sie denn oder wollen Sie denn da auch vielleicht noch ein bisschen nach außen wirken auf die anderen? Ja, wir werden oft auch als gallisches Dorf quasi der Jusos beziehungsweise des Juso-Bundesverbandes bezeichnet, aber ich glaube, uns zeichnet nicht aus, dass wir irgendwie mehrheitlich für die eine oder für die andere Seite sind, sondern uns zeichnet vor allem aus, dass wir uns der Frage einer offenen Diskussion stellen und uns nicht irgendwie vor irgendwelchen Koalitionsabmachungen schon auf eine Seite feststellen. Genau, wir führen eine sehr offene Debatte. Wir hatten gestern eine Mitgliederversammlung der Jusos Mannheim, wo verschiedene Meinungen zu Wort kamen. In der Mehrheit haben wir uns für Koalitionsverhandlungen ausgesprochen, aber auch andere Meinungen wurden gut argumentiert. Es gibt ja auch für beide Seiten in diesem Streit gute Argumente. Und im Endeffekt sind wir der Meinung, dass die Koalitionsverhandlungen letztlich auch mangels anderer Optionen eine gute Lösung sind und jetzt soll weitergeführt werden. Am Ende werden die Mitglieder sicherlich die richtige Entscheidung fällen. Ich habe eben schon angesprochen, dass darüber nachgedacht wird in der Partei, das Eintrittsdatum der Mitglieder quasi zum Punkt zu nehmen, ob man denn dann abstimmen darf über den Koalitionsvertrag oder auch nicht. Läuft das denn nicht eigentlich quasi gegen das eigene Verständnis, also das Mitbestimmungsverständnis? Also grundsätzlich ja. Es gibt einige Wochen als Frist sozusagen, die man in der Partei verbracht haben muss, um abstimmungsfähig zu sein. Allerdings, wenn es darüber nicht hinausgeht, ist es in Ordnung, denke ich. Wenn es allerdings natürlich jetzt so ist, dass Neumitglieder, die jetzt eintreten, nicht abstimmen dürfen, dann denke ich schon, dass es gegen das Grundverständnis gewissermaßen spricht. Aber zurzeit ist es nicht so. Leute, die jetzt zurzeit eintreten, wie die 2000 oder knapp 2000 Leute, die werden auch zur Abstimmung berechtigt sein in der Frage GroKo oder No-GroKo. Das ist natürlich auch eine statuttechnische Frage. Ich meine, andere Parteien auch in Deutschland haben eine ähnliche Regelung. Das ist seit Jahrzehnten eigentlich so festgeschrieben. Und das jetzt aus dem Stand heraus zu ändern, halte ich auch für eine, naja, halte ich es nicht für sinnvoll. Also wer jetzt eintritt und sagt irgendwie, ja, ich möchte dagegen stimmen, nur zu. Natürlich auch mit dem Anspruch dann auch nach der Entscheidung weiter zu gestalten. Die SPD ist natürlich auch gerade irgendwie noch auf der Suche, ich würde mal sagen, nach einem Gesicht oder einer Neuausrichtung. Wie erleben Sie denn auch selbst so jetzt nach gut einem Jahr unter Martin Schulz die SPD und auch die Spannungen beziehungsweise Entwicklungen in der Partei? Ich glaube, dass Martin Schulz nach wie vor ein sehr guter Mensch ist, der gut in der Lage ist, in gewisser Weise die SPD zu leiten. Auch wenn das Wahlergebnis natürlich nicht in unserem Interesse war und in keiner Weise vergleichbar mit der Zeit des Schulz-Hypes, ist er nach wie vor in der Lage, die Leute unter einen Hut zu bringen. Wir haben jetzt die gute Diskussion zum Thema GroKo mitbekommen, am Sonderbundesparteitag beispielsweise. Und ich glaube, das schafft Martin Schulz sehr gut. Er ist eine sehr vermittelnde Person, die es einfach gut schafft, verschiedene Meinungen in der SPD auch irgendwie zu bündeln und zusammenzuführen. Und insofern, glaube ich, sind wir personell gut aufgestellt und sollten uns die Frage nicht an erster Stelle stellen, ob jetzt irgendwie personell alles geändert werden sollte. Vielmehr muss von den Mitgliedern heraus der Wille zur Erneuerung kommen. Und ich glaube, wir sind gerade auf einem guten Weg dahin. Und dann steht am Ende möglicherweise auch der neue Koalitionsvertrag mit der Union. Danke Ihnen beiden, Nabila Latzki und Titus Heimer.